Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinen Kanal heute mit einem ganz besonderen Video und zwar ja mit einem kleinen Weihnachtsspecial ja wir spielen heute eine Runde Grand Heft Auto vor allerdings ein bisschen gemoddet wie man sieht mit Schnee und so und ja mit ein paar diversen Car Mods ihr seht im Hintergrund einen wunderschönen Ford Explorer von 2011 wie diesen BMW M3 diesen etwas älteren ansonsten habe ich eigentlich ja so keine weiteren Mods am Start also eigentlich schon aber ja der dritte normale Wagen den ich hinzugefügt habe der funktioniert leider nicht das ist nämlich ein Lamborghini Aventador der hat keine Ahnung Installationsprobleme der will nicht ganz funktionieren ansonsten sind halt alle Fahrzeuge Vanilla ich habe halt zwei von drei Taxis halt auch noch ersetzt die werdet ihr auch noch sehen und zwei Polizeifahrzeuge werdet ihr auch noch sehen und den Polizeihubschrauber habe ich ersetzt ja ah guck mal da hinten der tut schön Scheiben putzen bei dem Wetter und ja ich habe ja gedacht es ist ja jetzt die Weihnachtszeit wir müssen natürlich Geschenk kaufen deswegen fahren wir jetzt zum shoppen in die Innenstadt und ja und kaufen ein wenig ein so ist das Polizei Hubi ja das ist der ja der ist aber nicht der normale weil ich habe nämlich den normalen Hubi gemoddet das ist nicht der richtige aber wir fahren jetzt erstmal in die Innenstadt ja was bisschen lustig ist die Leute erschrecken sich die ganze Zeit durch dem Schnee äh was war das denn ja also hier seht ihr auf jeden Fall schon mal die Taxis und was war das denn das war ja gerade ein bisschen merkwürdig naja auf jeden Fall wir fahren dann jetzt mal in die Stadt äh äh du bist doch stehen geblieben auf der Autobahn mach du doch mal Move muss jetzt Geschenke kaufen hab keine Zeit ja da hinten sieht man auch schon die Polizei die ich gemoddet hab aber wir werden heute in diesen BMW fahren wir werden heute jetzt mal ein paar Geschenke kaufen in der Innenstadt wir werden heute in der Innenstadt wir werden heute in der Innenstadt wir werden heute in der Innenstadt So. Die Frage ist, wo kann man hier... Ähm, also das ist jetzt die Frage, wo kann man hier in Liberty City am besten Geschenke kaufen? Hm. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen die Radiomusik an. Ah, ja, das höre ich auch super an. Schöne weihnachtliche Musik. Läuft auch schon Weihnachtsmusik im Radio. Wir müssen jetzt ein paar Geschenke kaufen. Ich weiß, was wir kaufen. Wir kaufen einen Gutschein, einen Reise-, einen Stadtführungsgutschein beim Helipad. Für einen Kollegen von mir. Ja, das machen wir. Wir sind ja hier... Ah, ja, das ist typisch Innenstadt. Da kriegt man immer alles. Gut, dann fahren wir mal jetzt da hin. Ah, ja, da sind wir auch schon fast da. Jetzt müssen wir hier nur noch gleich einen Parkplatz suchen. Weil ihr seht, ich komme eben noch von der Arbeit. Ich arbeite ja hier als Arzt in Liberty City. Ja, also ich habe ja mittlerweile diese Geschichte beendet. Und, ja, ich war ja früher immer kriminell. Jetzt will ich natürlich nicht mehr kriminell sein. Deswegen, ja, habe ich mich als Arzt hier in Liberty City beworben. Und bin jetzt Arzt. Und jetzt kaufe ich... Inzwischen habe ich geheiratet. Und jetzt kaufe ich für meine Frau... Ähm, ja, ein Weihnachtsgeschenk. Die Frage ist, wo parken wir hier? Hier ist ja kein offizieller Parkplatz. Müssen wir mal gucken. Ah, ich denke aber trotzdem, wenn wir uns mal kurz hier hinstehen, sollte das klar gehen. Äh, dann fahren wir mal. Hör rein. Ach, Roman, was ist los? Roman, nee, ich muss für meine Frau ein Geschenk kaufen. Ähm, ist gerade schlecht. Tut mir leid. Äh. Ach, guck mal, das ist ein richtiger Hater, Roman. Der tut einen direkt disliken und alles. Naja. Gut. Stellen wir mal die Karre hier ab. Und dann gehen wir mal hier hin. Und sag, frag mal, ob da noch, ähm, ja, ob die noch einen Gutschein verkaufen. Guten Tag, ich dränge mich vor, ich will nur einen Gutschein kaufen. Ähm, guten Tag, ähm, verkaufen sie noch Gutscheine? Ah, okay, da hinten mein Kollege, der verkauft die Gutscheine. Okay. Guten Tag. Ich möchte einmal einen Gutschein kaufen. Ah, 150 Euro. Die haben ja vorher aber nur 120 gekostet. Ach, so teurer sind sie geworden. Ah, okay. Okay, ja, gut. Dann. Hier. Dankeschön. Okay, jetzt haben wir den Gutschein. Dann können wir ja jetzt zurückfahren. Inzwischen haben wir auch ein wunderschönes Haus gekauft. Auf, ja, in so einer Gated Community. Also, das ist so relativ privat. Da sind wir ja gestartet. Das ist nämlich das Haus, wo ich, ja, vorher war. Ah, das spielt schöne Jazzmusik. Aber okay, hier kommen wir nicht durch. Voller, aber hier kommen wir durch. Ja, gut. Gut, Leute, dann fahren wir jetzt aber mal wieder zurück. Mit der wunderschönen Weihnachtsmüstik hier im Radio. Und da muss ich aber gleich noch arbeiten. Also, ich hab mich schon angezogen, weil ich hab jetzt gleich auch Schicht. Das ist ja erst der 23. Ich hab mir erst für den 24. Urlaub genommen. Aber gut, andere Leute müssen sogar an Weihnachten arbeiten. In dem Teil muss ich ja nur einen Tag vor Weihnachten arbeiten. Beziehungsweise sind ja hier in der USA. Da ist das ja so nochmal ein bisschen anders. Och! Scheiße! Oh mein Gott! Weg da! Oh mein Gott, da ist ein Hubschrauber abgestürzt. Ich muss sofort den Notruf rufen. Sofort einen Krankenwagen. Sofort 911. Scheiße! Wo ist der hin? Wo ist der hin? Okay, ähm. Ich glaube, wir rufen erst mal die Polizei. Polizei, sofort! Hier! Hier! Hier sind wir! Hier bin ich! Hallo! Da! Da ist ein Hubschrauber abgestürzt. Sie müssen sofort kommen! Hallo! Hier! Da ist ein Hubschrauber abgestürzt. Hier! Da! Da ist ein Hubschrauber abgestürzt. Hey, ey, ey, ey! Ich hab nix getan! Was ist denn mit der Polizei hier los? Ah, ich hab ja hier noch ein OP-Messer. Scheiße! Die Cops, die sind verrückt geworden! Die sind verrückt geworden! Die sind ja geisteskrank! Ich zeig die an! Ich bin! Oh, Gott! Ja, wir sind weg! Ich glaube, sie sind weg. Holy shit. Ja gut, dann können wir mal das OP-Messer wieder wegstecken. Was ist denn in die Cops gefahren? Okay, sie haben aufgeben. Sie sind abgehauen. Nee, ich habe hier echt das Vertrauen an die Polizei verloren. Schnell in die Karre, sofort. Und weg hier. Das war ja... Also, die werde ich anzeigen. In Körperverletzung. Schießen die einfach auf mich? Nee, das geht gar nicht. Die sind ja mal komplett geisteskrank. Leute, habt ihr das gesehen? Einfach abgeknallt. Also, die Polizei heutzutage in Amerika, diese ganze Polizeigewalt, nee. Was waren das denn? Agro-Cops. Nee, ich fahre jetzt schnell nach Hause. Also, gebe das Geschenk kurz ab. Und dann... ...fahre ich arbeiten. Also. Hier macht man manchmal was mit. Unglaublich. Naja, Leute. Positiv denken. Einfach positiv denken. Wir müssen versuchen, es zu vergessen. Ich glaube, ich mache mal die Weihnachtsmusik ein bisschen lauter. Ah ja. Schön. Schon besser. Wir müssen das jetzt vergessen. Ich bin ja schon so einiges gewohnt. Vor allem, weil ich ja im Krieg war und alles. Aber das hier... Das hier... Das sprengt mir wieder alles. Also, das ist ja... Schnell nach Hause, Leute. Da steht wieder einer. Von diesen... Von den korrupten Cops, ey. All the things must end. Oh, man. Oh, man. Ich fahre mal hier mal ab. Ja, hier können wir eigentlich auch schon abfahren. Sollte schneller gehen. Sollte schneller gehen. So, ich werde jetzt das Geschenk abgeben. Und dann fahre ich arbeiten. Weil es ist schon... Ja, relativ spät. Ich muss um 10 Uhr arbeiten. Jetzt müssen wir uns beeilen. Müssen wir ein bisschen Gas geben. Gut, Leute. Ich gebe mal das Ganze ab. Und ja. So, Leute. Ich habe es abgegeben. Und jetzt muss ich aber ganz schnell auf die Arbeit. Ich habe gerade geguckt. Ich habe nur noch mehr 7 Minuten bis zu Dienstbeginn. Deswegen habe ich mir schon die Kleidung angezogen. Das heißt, wir fahren jetzt mal schnell auf die Arbeit. Nicht zu schnell, sonst werden wir ja noch vor den korrupten Cops wieder angehalten und getötet. Dennoch müssen wir uns beeilen. Aber ich komme gerade auf die Uhr. Armbanduhr. Jetzt haben wir sogar nur noch mehr 6 Minuten. Eigentlich sogar eher nur noch mehr 5. Oh Gott. Jetzt müssen wir uns ranhalten, Leute. Gleich Dienstbeginn. Gleich Dienstbeginn. Man, was ist das für ein Taxi hier? Guckt euch das mal an. Ja, Arm aus dem Fenster. Mein Gott. Ey, was fährst du denn für eine Scheißkarre? Ey, das ist wieder einer. Unglaublich. Manche Leute denken auch hier, die könnten sich alles erlauben. Wir müssen uns jetzt echt beeilen. Scheiße, nur noch mehr 3 Minuten. Mein Chef wird mir den Kopf abreißen, wenn ich zu spät komme. Ich war nämlich schon mal zu spät. Ich bin nämlich noch in der Probezeit, müsst ihr wissen. Los, 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 los. Seht ihr das? Der fährt einfach über Rot. Ey, 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 du. Bist über Rot gefahren. Also. Das geht nicht. Naja, hier sind wir auch schon normalerweise auf der Arbeit. So, hier dürfen wir nicht direkt parken. Hier ist der Emergency. Ich parke nämlich immer. Ja, kommt mal vor. Ah, okay, der lässt mich aus. Ich parke nämlich immer hier. Ich wollte euch nämlich nur zeigen, wo ich arbeite. Da muss man immer so eine kleine Parkgebühr bezahlen. Aber ich habe hier so eine, so eine dauerhafte Karte. Damit darf ich dann hier immer relativ lange stehen. Und dann gehen wir mal auf die Arbeit. Oh Gott, wir müssen uns beeilen. Ah, ist grün. Okay. Wir müssen uns beeilen. Kops, Alter. Ich traue niemanden mehr von euch. Ich muss einfach reinschießen. Die hätten mich fast erschossen. Unglaublich. So, Leute. Guten Tag. Das ist nämlich einer meiner Kollegen. Und ja, man sieht hier auch. So. Und ja. Man sieht ja hinten, das ist meine, äh, Kollegen. Hier arbeiten hauptsächlich, weil Kollegen, also Frauen. Und, ja. Ja, man sieht hier wieder die Kollegen sehr unfreundlich. Das kriege ich mal ausraster. Ehrlich. So, normalerweise ziehe ich mich hier mal um. Und ich weiß auch nicht, warum mein Spinn schon wieder offen ist. Ach, der klemmt schon wieder der Scheiß hier. Mensch, ich kriege hier die Krise in den Kackladen hier. Na ja. Gut, dann helfen wir mal, ähm, Patienten. Also, wir sind jetzt angemeldet. Aber, erst mal auf den Schock. Ja, man merkt hier die Kollegen, Leute, die sind sehr unhöflich. Ah, hier ist es so vermüllt, weißt du was? So, wir werden den Müll auch einfach wegwerfen. Guck dir das mal an. Hier, die ganzen Bakterien. Kotze und alles liegt hier auf dem Boden. Das ist so ekelhaft. Aber den Leuten geht es hier teilweise so kacke. Ah, müssen wir hier arbeiten. Müssen wir mal hier. Also, ich arbeite hier immer hinterm Tresen. So, dann gehe ich immer hier durch die Tür und setze mich hier an diesen Computer. Was haben wir da? Das ist die Kündigung. Wie, das ist die Kündigung? Das kann doch nicht sein. Was ist das denn? Das ist die Kündigung.